Deine Denkweise entscheidet über dein gesamtes Leben. Über 95% von unseren Gefühlen, von unseren Gedanken, von unseren Entscheidungen und Verhaltensweisen werden von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Und es gibt Denkweisen und Überzeugungen, die dein Leben automatisch verbessern und erleichtern und wiederum andere Denkweisen, die deinem Leben unbemerkt schaden. In diesem Video zeige ich dir sechs extrem weit verbreitete negative Denkmuster, die unbemerkt dein Leben sabotieren und wie du sie auflöst. Das wird dir dabei helfen, einfach leichter und schneller deine Ziele zu erreichen, dich besser zu fühlen, bessere Entscheidungen zu treffen und vor allem auch automatisch mehr von den Dingen zu machen, die dein Leben verbessern. Das mit Abstand schädlichste Mindset sind limitierende bzw. negative Gedanken über dich selbst bzw. Selbstzweifel. Also Gedanken, dass irgendwas mit einem nicht stimmt, man gewisse Defizite hat oder gewisse Dinge einfach nicht kann. Und da ist ein wichtiger Punkt, dass wir häufig gar nicht Bewusstsein über diese Selbstzweifel haben. Die sind häufig sehr tief in unserem Unterbewusstsein vergraben, weil das natürlich sehr unangenehme Gedanken sind. Und deshalb ist es wichtig, auf gewisse Anzeichen für Selbstzweifel bzw. limitierende Denkweisen über sich selbst zu achten. Die häufigsten Anzeichen dafür sind regelmäßige Ängste, Sorgen oder Zweifel. Oder dass man in gewissen Situationen extrem unsicher und nervös ist. Aber genauso auch der ständige Drang, Recht zu haben und sich zu beweisen. Ein weiteres häufiges Zeichen ist, dass einem Kritik sehr unangenehm ist, dass man Angst vor Ablehnung hat, sich häufig Sorgen darüber macht, was andere über einen denken oder dass man sich auch immer wieder mit anderen vergleicht. Genauso auch, dass man Schwierigkeiten hat, Grenzen zu setzen, zu anderen Leuten Nein zu sagen oder auch Angst vor Fehlern hat bzw. zu Perfektionismus neigt. Diese Selbstzweifel gehen auch häufig mit gewissen Gedanken einher, wie beispielsweise alles, was sich anhört nach, ich bin nicht gut genug. Also ich bin nicht intelligent genug, nicht stark genug, nicht fleißig genug, nicht liebenswert genug, nicht charismatisch genug. Oder auch, ich kann nicht oder ich schaffe das nicht. Ich kann nicht mit Geld umgehen, ich kann nicht vor anderen Leuten sprechen, ich kann nicht mit Zahlen umgehen oder ich schaffe es nicht, erfolgreich zu sein. Andere sind einfach viel besser als ich und ganz wichtig auch alles, was in Richtung geht. Ich bin es nicht wert oder ich habe es nicht verdient, gewisse Ziele zu erreichen. Wenn du dich da irgendwo wiedergefunden hast, ist es unglaublich wichtig, diesen Selbstzweifeln deine Aufmerksamkeit zu widmen und die dann auch aufzulösen, weil die wirken sich in allen Lebensbereichen aus. Egal, wenn es jetzt darum geht, Dinge umzusetzen und durchzuziehen. In zwischenmenschlichen Bereichen, wenn es darum geht, Freunde zu gewinnen oder einen Partner, eine Partnerin zu finden. Aber auch im Business, im beruflichen Kontext, in Wettbewerbssituationen. Wenn du negative Gedanken über dich selber hast, wird dich das zögerlich machen. Du wirst dich nicht auf die wirklich wichtigen Dinge fokussieren können, sondern ständig im Gedankenkarussell gefangen sein. Und das geht bis hin zur Selbstsabotage. Deshalb ist es unglaublich wichtig, diese Denkweisen zu identifizieren und aufzulösen, Wie du genau das Schritt für Schritt machst, erkläre ich dir in einem separaten Video, das ich dir auf dem i und in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das zweite, sehr weit verbreitete und extrem schädliche Mindset ist Opferdenken. Wir Menschen neigen dazu, gerne die Verantwortung abzugeben und außerhalb von uns Begründungen zu suchen, warum etwas nicht geht oder warum wir etwas nicht können. Wir geben die Schuld der Wirtschaft, der Politik, unserem Umfeld, unserem Partner, unserer Partnerin, unseren Kindern, Krankheiten, unserer Herkunft oder unserem Umfeld. Egal was, natürlich haben diese Dinge Einfluss auf das eigene Leben und auf die eigenen Ergebnisse. Aber egal wie plausibel deine Begründungen sind, sie bringen dich keinen Millimeter weiter. Deshalb ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung bedeutet nicht Schuld. Natürlich kann etwas passieren, was für schlechtere Umstände sorgt. Aber letztendlich, wenn du die Verantwortung, die Schuld abgibst, dann nimmst du förmlich das Lenkrad von deinem Auto des Lebens und wirfst es aus dem Fenster. Das heißt, du hast dann sozusagen keinen Einfluss mehr. Und dementsprechend entstehen dann häufig auch solche Gedanken wie ich habe keinen Einfluss, ich bin machtlos, es bringt sowieso nichts. Und diese Denkweisen sind extrem lähmend, weil sie einem die Illusion geben, dass man nichts machen könnte. Aber es gibt immer gewisse Dinge, die man machen kann, wie man die eigene Situation verbessern kann, unabhängig von den Umständen. Und du kannst dich einfach mal umschauen und dir die Frage stellen, gibt es Leute, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, die das erreicht haben, wo ich hin möchte. Und du wirst in nahezu jedem Fall einfach feststellen, dass es Menschen gibt, die es genau in dieser Situation geschafft haben, gewisse Ziele zu erreichen. Und solange es einfach gewisse Dinge gibt, auf die du Einfluss hast, die du verbessern kannst, die du weiterentwickeln kannst, die du lernen kannst, neue Fähigkeiten, neues Wissen, das du dir noch aneignen kannst, dann hast du die Möglichkeit und die Macht, dein Leben, deine Situation zu verbessern, unabhängig von deinen derzeitigen Umständen. Letztendlich kannst du selbst entscheiden. Du kannst schwierige Umstände oder Hindernisse nutzen als Ausreden und dann wirst du sehr viel Zustimmung bekommen und Mitleid und Empörung. Oder aber auch, du übernimmst die Verantwortung, wächst an diesen Hindernissen und das ist vielleicht kurzfristig der unangenehmere Weg, aber er führt zum Leben nach deinen eigenen Vorstellungen. Und ich kann dir garantieren, es gibt immer gewisse Stellschrauben und Dinge, die du verbessern kannst, um dein Leben weiterzuentwickeln. Das dritte, sehr hinderliche Mindset sind limitierende und blockierende Denkweisen rund um das Thema Geld. Geld spielt in unserem Leben einfach eine sehr wichtige Rolle. Genauso wie unsere Gesundheit, unsere Beziehungen und unsere Emotionen. Geld ist einfach ein sehr machtvolles Tool und sozusagen der Sauerstoff für deine Träume und Visionen. Und jetzt gibt es im Prinzip zwei verschiedene Wege, wo Leute sich rund um das Thema Geld blockieren. Nämlich einerseits, dass sie dem Ganzen zu viel Bedeutung geben, also dass sie denken, Geld löst alle meine Probleme und wenn ich nur genug Geld habe, dann ist alles toll und mein Leben ist sozusagen abgehackt und alles funktioniert. Oder aber auch limitierende negative Denkweisen rund um das Thema Geld. Geld ist nicht wichtig oder Geld verändert in irgendeiner Form zum Negativen. Geld verursacht Probleme, Stress und Streit und dergleichen. Wir bekommen ja auch häufig ein sehr negatives Bild rund um das Thema Geld suggeriert. Zum Beispiel in Filmen sind immer die Reichen die Bösen und die Armen sozusagen die Guten, die dann gegen die Reichen sich auflehnen. Und auch in der Gesellschaft ist es im Prinzip so, weil Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen, dafür muss man gewisse Bedingungen erfüllen und viele sind einfach nicht bereit, diese Bedingungen zu erfüllen. Und da ist es natürlich leichter, entweder den moralischen Standpunkt einzunehmen, dass wenig Geld zu haben moralisch wertvoller ist als viel Geld zu haben. Nämlich einerseits, dass man sich mit dem Thema Geld gar nicht auseinandersetzt, das heißt keinen Überblick hat, wie viel Geld man verdient, wie viel rausfließt. Oder aber auch, dass zu wenig Geld reinkommt, dass man Schwierigkeiten hat, Geld zu verdienen. Oder wenn Geld reinkommt, dass es sofort wieder verschwindet und man nie Rücklagen oder Vermögen aufbaut. Letztendlich sind es diese Denk- und Verhaltensmuster, die dann dafür sorgen, dass Geld einfach zu einem Problemthema wird und mehr Aufmerksamkeit braucht und an sich zieht, als eigentlich notwendig wäre. Dementsprechend ist es auch wichtig, diese destruktiven Denkmuster rund um das Thema Geld aufzulösen und eine funktionale, positive Einstellung zu dem Thema aufzubauen. Wie genau das geht und wie du eine Denkweise rund um das Thema Geld aufbaust, die dafür sorgt, dass du immer genug Geld verdienst und auch genug Geld hast, zeige ich dir Schritt für Schritt in dem Video, das ich dir auf dem i und in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das vierte sehr gefährliche Mindset sind negative Denkweisen über andere Menschen. Viele haben Überzeugungen, dass andere Menschen in irgendeiner Form gefährlich sind, egoistisch, unehrlich, gierig, also dass im Menschen irgendwas Schlechtes inne wohnt. Oder nicht über Menschen an sich, sondern vielleicht über Frauen oder Männer. Und all diese Überzeugungen sorgen einfach dafür, dass wir Schwierigkeiten haben werden, uns mit anderen Menschen zu verbinden, Beziehungen aufzubauen, Schwierigkeiten haben, anderen Leuten zu vertrauen, zu Eifersucht neigen, zu Misstrauen neigen und ständig die Angst davor hat, dass man von anderen Leuten hintergangen wird oder dass andere Menschen einen in irgendeiner Form schaden wollen. Und klar, man sieht natürlich auch viele diese Dinge in der Welt, dass Leute betrügen, gierig sind, einander schaden, sich bekämpfen, gewalttätig sind und dergleichen. Allerdings ist da nicht der Mensch an sich das Problem, sondern der Mangelstandpunkt. Das heißt, viele Leute leben in Denkweisen, dass etwas nicht genug ist, dass sie selbst nicht genug sind oder dass es nicht genug Geld gibt, nicht genug Möglichkeiten gibt. Und wann immer man diesen Mangelstand einnimmt, also es ist nicht genug, dann neigt man dazu, Ängste zu haben, Sorgen zu haben, gierig zu sein, zu Missgunst, zu Misstrauen, sich gegenseitig zu bekämpfen, um sozusagen diese mangelnden Ressourcen oder um ein gefühltes Defizit in irgendeiner Form auszugleichen. Das heißt, letztendlich ist es dieser Mangelstandpunkt, der sorgt für diese Gier nach Anerkennung, Macht, nach Geld, nach Zuneigung, nach Beliebtheit, was auch immer. Das heißt, das ist eigentlich die Wurzel sozusagen allen Übels und nicht der Mensch oder Geld oder irgendwelche anderen Sachen, sondern dieser Gedanke, diese Überzeugung, es ist nicht genug da. Ich bin nicht genug. Und Menschen, die auf einem Mangelstandpunkt stehen, sind auch permanent mit Ängsten, Sorgen und Druck konfrontiert, weil man ja dann immer der Gefahr ausgeliefert ist, zu kurz zu kommen. Und das verursacht dann eben Dinge wie Gier. Gier nach Macht, nach Geld, nach Zuneigung, nach Anerkennung und dergleichen. Und dementsprechend auch diese destruktiven Verhaltensweisen. Das heißt, der Mangelstandpunkt ist es letztendlich, der Misstrauen, Unehrlichkeit, Gier und diese kämpferische Ader verursacht. Diesen Mangelstandpunkt kann man aber verlassen und auflösen. Und damit verschwinden auch diese destruktiven Verhaltensweisen. Das, was man dann immer wieder beobachten kann, ist, wenn Menschen diesen Mangelstandpunkt verlassen, dass sie plötzlich viel positiver agieren, viel großzügiger und auch ehrlicher werden. Und letztendlich handeln ein Großteil der Menschen aus an sich positiven Absichten. Aber aufgrund von gewissen Denkweisen oder auch Zwängen oder inneren Blockaden drückt sich das häufig sehr destruktiv aus. Also du kennst es ja häufig von dir selber, dass du vielleicht Dinge machst oder gemacht hast, auf die du nicht unbedingt stolz bist, die einfach aus gewissen Denkmustern oder Verhaltensmustern oder wenn man sich sozusagen nicht anders zu helfen weiß, entstanden sind. Und da ist eben an sich nicht der Mensch das Problem, der, denke ich, eben an sich sehr positiv ausgerichtet ist, sondern eben diese Denkmuster, diese inneren Blockaden, diese destruktiven Standpunkte sozusagen. Und wenn man eine positive Einstellung zu anderen Menschen entwickelt, ist es auch viel, viel leichter, diese Menschen zu ermächtigen und zu unterstützen, aus diesen destruktiven Denk- und Verhaltensweisen auszusteigen und ihr Potenzial wirklich auch für positive Dinge zu nutzen. Das fünfte sehr schädliche Mindset ist die ständige Sorge, was andere Leute über einen denken. Weißt du, was die meisten Menschen am Ende ihres Lebens bereuen? Nämlich, dass sie nicht den Mut gehabt haben, ihr eigenes Leben zu leben, sondern immer versucht haben, den Erwartungen und den Standards anderer zu genügen. Sich permanent Sorgen darüber zu machen, was andere Leute über einen denken, ist der schnellste Weg in ein unglückliches und erfolgloses Leben. Viele behaupten ja, dass es ihnen egal ist, was andere über sie denken, aber das ist in den meisten Fällen Blödsinn. Man kann sich da sehr gut auf die Anzeichen verlassen. Nämlich beispielsweise, wenn man Schwierigkeiten hat, andere Leute anzusprechen oder vor anderen Leuten zu sprechen. Wenn man ständig das Bedürfnis hat, Recht zu haben und sich zu beweisen. Oder dass man sehr empfindlich reagiert auf Kritik oder Ablehnung. Oder aber auch, dass man Schwierigkeiten hat, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und Konflikte vor sich her schiebt oder sich eine Fassade aufbaut und nicht die eigene Meinung sagt. All das sind sehr, sehr starke Anzeichen für ein starkes Bedürfnis, vor anderen gut dazustehen und das Bedürfnis, dass andere Leute positiv von einem denken sollen. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Einerseits sind wir Menschen einfach sehr soziale Wesen, die natürlich dadurch überlebt haben, dass wir gut miteinander zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, wenn Leute nur negativ von dir denken würden, dann hätten wir keine Freunde, dann würden wir alleine sein, dann hätten wir keinen Job, könnten kein Business aufbauen. Das heißt, es ist zu einem gewissen Grad natürlich auch wichtig, was andere Leute über einen denken. Aber wir lassen davon häufig viel zu sehr unsere Entscheidungen und unsere Verhaltensweisen beeinflussen. Insbesondere wollen wir Leute vor Leuten gut dastehen, wo es eigentlich gar nicht wichtig ist. Und letztendlich ist es ja auch so, es ist unmöglich, es allen recht zu machen. Wenn du jetzt beispielsweise eine Million Euro verdienst, dann wird es Leute geben, die sagen, wow, voll cool. Dann wird es Leute geben, die sagen, was, nur eine Million. Und dann wird es wiederum Leute geben, die sagen, warum strebst du überhaupt nach Geld, du Kapitalistenschwein? Das heißt, vereinfacht gesagt, du kannst übers Wasser laufen und trotzdem wird es Leute geben, die sagen, du bist einfach nur zu faul zum Schwimmen. Dementsprechend ist es unmöglich, es allen recht zu machen. Und dieses Streben danach, gut dazustehen, ist dementsprechend sehr, sehr schädlich. Du solltest viel eher schauen, was sind meine eigenen Werte? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Für welche Werte möchte ich stehen? Und dann der Rest ist ein Prozess vom Filtern und Sortieren. Das heißt, du filterst dir die Menschen raus, die genau das gut finden, die dich genau für diese Eigenschaften, für diese Werte gut finden und sortierst sozusagen die aus, die nicht dazu passen. Das ist in der Praxis einfach die funktionalste Vorgehensweise, die dafür sorgt, dass du ein tolles soziales Leben hast, aber auch im Business oder auch im beruflichen Kontext dementsprechend weiterkommst. Wie du Schritt für Schritt die Sorge ablegst, was andere Leute über dich denken und unabhängig wirst von der Meinung von anderen, erkläre ich dir in dem Video, das ich dir auf dem i und in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das sechste sehr schädliche Mindset ist die Angst vor Fehlern und sich nur auf Risiken zu fokussieren, anstatt auf Chancen. Es raubt uns einfach extrem viel Energie, wenn wir uns permanent nur darauf fokussieren, was alles schief gehen könnte, was alles passieren könnte, anstatt uns auf die Chancen zu fokussieren. Erfolgreiche Menschen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie bereit sind, gewisse Risiken einzugehen und sich viel mehr auf die Chancen fokussieren. Es geht dabei nicht darum, einfach naiv zu sein und alle Risiken auszublenden, sondern lukrative Risiken einzugehen. Das bedeutet, wenn der Erwartungswert deiner Chancen deutlich größer ist als die Risiken, dieses Risiko auch einzugehen. Sagen wir beispielsweise, du investierst 10.000 Euro und manchmal verlierst du diese gesamten 10.000 Euro und wenn es gut geht, bekommst du 100.000 Euro. Dann müsste es rein mathematisch nur in mehr als 10% der Fälle klappen und das Ganze wäre sehr profitabel. Wir Menschen neigen aber häufig dazu, selbst wenn Dinge eine 80%ige Wahrscheinlichkeit haben oder eine 50%ige Wahrscheinlichkeit und einen extrem hohen Erwartungswert haben, diese Dinge nicht zu machen, weil wir eben Fehler vermeiden wollen, weil wir nicht scheitern wollen. Und wir haben im Leben häufig diese asynchrone Verteilung zwischen Chancen und Risiken. Beispielsweise, wenn du jetzt jemanden ansprichst, den du interessant oder attraktiv findest, dann ist das Risiko, dass du abgelehnt wirst, dass du vielleicht einen blöden Spruch an den Kopf bekommst und die Chance ist, dass du vielleicht einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben gewinnst. Oder auch, wenn man beispielsweise ein Business startet oder sich für einen gewissen Job bewirbt, dann sind die Risiken auch vielleicht eine Absage oder dass es nicht klappt, dass man ein bisschen Zeit oder Geld verliert, aber die Chancen sind im Verhältnis dazu extrem groß. Das heißt, es muss gar nicht oft funktionieren, damit sich das Ganze wirklich lohnt. Wenn du aber gefangen bist in der Angst vor Fehler, das heißt, dass man jeden Fehler oder jedes Scheitern um jeden Preis vermeiden will, dann wirst du extrem viele profitable Chancen liegen lassen und dich dadurch nur einem Bruchteil so schnell voranbewegen im Leben, wie du eigentlich könntest. Fehler sind auch nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern der wichtigste Bestandteil von Erfolg. Weil beispielsweise, wenn du etwas machst und es funktioniert, dann weißt du oft gar nicht, warum es funktioniert hat und es ist dementsprechend auch nicht replizierbar bzw. wiederholbar. Wenn du aber Fehler machst, dann siehst du genau, woran hat es gescheitert, was hat nicht funktioniert und kannst diese Dinge dann verbessern und dadurch einfach Systeme erschaffen oder Vorgehensweisen erschaffen, die dir einfach immer und immer wieder gute Ergebnisse bringen. Und das wird dich voranbringen, egal in welchem Lebensbereich, im zwischenmenschlichen Bereich, im sportlichen Bereich oder auch im Business. Das heißt, Fehler zeigen dir viel, viel besser auf, was du noch verbessern kannst, was du weiterentwickeln kannst, als wenn etwas direkt funktioniert. Dementsprechend solltest du dir auch erlauben, viele Fehler zu machen, schnell zu handeln, auch wenn Scheitern häufig wahrscheinlich ist, um daraus zu lernen und um dich dadurch extrem viel schneller weiterzuentwickeln. Und das kannst du auch bei nahezu allen erfolgreichen Menschen beobachten, nämlich dass sie einfach bereit sind, Fehler zu machen, dass sie bereit sind, dass Dinge auch einfach nicht funktionieren und dann dementsprechend daraus lernen und sich dadurch viel schneller weiterentwickeln. Wenn du limitierende Denkmuster und Selbstsabotage ein für alle Mal beenden willst und dir eine Denkweise aufbauen möchtest, die dir dabei hilft, dir ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufzubauen, dann klick einfach hier auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du dich nämlich eintragen für eine kostenlose Strategie, mit mir persönlich, in der wir mal analysieren, wo du dich in deinem Leben noch zurückhältst und einen Schritt-für-Schritt-Plan erstellen, wie du dir ein Leben nach deinen Vorstellungen aufbaust. Klick dafür einfach hier auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung.